Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg ist ein Gleichnis aus dem Neuen Testament der Bibel. Man findet es im Matthäus Evangelium Kapitel 20 Vers 1 bis 16. Hallo, ich brauche ein paar Gehilfen. Hat jemand Lust mir zu helfen? Für was denn? Im Weinbau. Wie viel Lohn kriege ich denn überhaupt? Ein Bela. Okay, ich komme mit. Super. Okay. Okay. Hallo, ich brauche noch mehr Gehilfe. Willst du mir helfen? Ja, ich möchte dir gerne helfen. Du kriegst so viel Lohn, damit du deine ganze Familie versorgen kannst. Wo muss ich denn arbeiten? Komm mit, ich zeige es dir. Okay. Hallo, ich brauche noch mehr Gehilfe. Willst du mir helfen? Du kriegst genug Lohn, um deine ganze Familie zu versorgen. Ja, natürlich. Super, dann komm mit, ich zeige dir, wo du arbeiten kannst. Also, ich lege dir, ich brauche noch immer noch mehr Gehilfe. Ach so, dass ich schon mal kurz vor allem mache. Will mir jemand helfen? Ich! Super, du bekommst genug Lohn, um deine ganze Familie zu versorgen. Komm mit, ich zeig dir, wo du arbeiten kannst. Ich suche noch jemanden, der mir im Weidenberg hilft. Ist es denn nicht zu spät dafür? Du sollst schon genug Lohn kriegen. Komm mit! Tschüss. Komm mit! Hier. Hier. Dein Dinar. Dankeschön. Du hast mir sehr geholfen. Nimm deinen Dinar. Hier. Nimm deinen Dinar. Hier. Nimm den Dinar. Danke, es hat mir sehr viel Freude gemacht, hier zu arbeiten. Wieso kriege ich nur einen? Ich war doch viel früher da. Wir haben uns ausgemacht, dass du einen Dinar bekommst. Ich bin der Dinar. 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 Ich bin der Dinar.